So Leute, jetzt als nächstes haben wir Foxy Foxy, Foxy und Mangle. Und Mangle ist ja so gesehen neue Foxy, aber halt weiblich und leider ist er gemangelt worden, richtig von hinten und joa, äh, Foxy ist einfach auf 20, der wird uns richtig abfacken, also wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit in die Mitte flashen und wenn wir Mangle hören, dann Maske. Und das war's. Sonst brauchen wir die Maske eigentlich gar nicht, eigentlich muss das eigentlich das einfachste sein, oder nicht? What the fuck, Junge, was? Boah, es ist 5 Uhr morgens, meine Batterie leistet einfach rausgehen, boah, sie ist leer, sie ist leer, fuck, ich bin tot. Hallo Leute, ja, ich spreche hier gerade von der Nachbarhild bei Tungus Videos, äh, hey, hi, na, wie geht's euch so? Ähm, ich bin nur kurz hier und zu sagen, dass ich euch nur empfehlen kann, die Streams euch nochmal nachher anzuschauen, oder halt nachträglich anzuschauen, ist ein besseres Wort, ja. Ähm, denn die waren ziemlich lustig und vielleicht hat man es auch gemerkt, der nie hat viel Blödsinn gemacht, keine Ahnung, es war einfach allgemein lustig. Und, ja, äh, wie immer sind die Streams in der Beschreibung und, ja, ich will nur sagen, dass die lustig sind, dass sie ganz cool sind, entertainen können und, ja, wenn jemand Bock hat auf FNAF Gameplay und die Kommentar, dann ist das perfekt. Ja, ja, ich bin halt noch. Okay. So, ich hab gehört, ihr seid gespannt, wie ich verkacke. Also, let's go. Fang mal, fang mal voran. Komm, let's go. Easy, peace. Nämlich, squeeze. Skuh, skuh. Skuh, skuh, skuh. Fang mal voran. Wir fangen einfach an. Ich bin komplett aus der Übung. Ich hab das vor einem Monat oder so gespielt. Das Spiel. Traurig, ich weiß. So, warte. Dein Bett ist berühmt. Ja. Kann man so sagen. So ungefähr. Zumindest hat der das so gemacht. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, aber der hat das so gemacht. So, das mach ich jetzt. Das füge ich jetzt mit der Taktischen zu. So, Mangel kommt jetzt wieder. Oder halt zum ersten Mal. Okay, Foxy ist weg, zum Glück. Als ob Mangel jetzt schon wieder da ist. Oder war das jetzt? Doch, sie ist jetzt schon wieder da. What the fuck? Foxy ist nicht da. Okay. Mike, wie kannst du bei den Tweets, die ich in letzter Zeit mache, eigentlich keine Aids bekommen? Keine Ahnung. Ich hab's grad nicht mitbekommen. Muss ich mir später mal anschauen, was der Tweets du gemacht hast. Also bisher läuft's wirklich gut mit der Taktik. Ist das eine Uhr morgens? Ich hab keine einzige Batterie verloren. Ja, gerade sag ich's. Da versihrt's schon. So, ein Mangel kommt. Muss ich aufpassen, dass ich sie höre. Okay. Ja, jetzt kommt Mangel hier im Moment. Okay, nice. Okay, Foxy kommt wieder. Ich hoffe wirklich, dass die Taktik funktioniert. Das wäre mega nice. Ich will Foxy-Foxy hinter mir haben. Okay, keinem funktioniert. Ja, ich weiß, der Scherz wird grad vorgeschrieben. Ich guck gleich rein. Keine Sorge. So, ein Mangel ist jetzt da. Ein Mangel kommt, im Moment. Jetzt ist sie da. Ich muss Foxy kurz flashen. Ja, moin, hi, Ingi. Oh, damn, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich glaub, Foxy ist weg. Nein, er ist mit Mangel da. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich versuche wirklich, Energie zu sparen, okay. Da ist jemand fleißig am Zocken. Ja, ich weiß. Warum seid ihr alle noch wach? Was ist los für euch? Ich dachte mir jetzt, es ist bestimmt voll dumm, wenn ich jetzt noch streamen, weil sie eher am Schlafen sind. Man scheint auch nicht. Mangel kommt jetzt. Ja. Foxy, bitte kenne ich mich nicht. G, fucking G, weil ich guck gleich, was das geschrieben hat. Drei morgens. Oh nein, das ist Foxy. Ich muss ihn anflashen, fünfmal oder so. Fünf bis siebenmal. Hat er zumindest immer gemacht. Und gesagt. Als er selber mal gespielt hat. Ich weiß nicht, was Mangel da gerade macht. Das ist ein komisches Geräusch. Vier morgens. Oh Gott, das sieht gut aus. Es sieht tatsächlich gut aus. Fiss dich doch. Ja, jetzt geht der Berg. Mangel wirklich wiederkommen. Die läuft gerade durch die ganze Pizzeria durch. So, jetzt weh ich jetzt hier weg. Es ist ein Vormer... So, was? Warte, was? Ich muss gleich lesen, was er da sagt. Okay, Mangel ist jetzt da. Foxy, bist du... Nice. Mega einfach sofort ab. Nice. Wir haben 0 Uhr morgens. Naja, es ist 0 Uhr morgens. Oh Kinder, 0 Uhr morgens. Boah, Danny, ja, was ist denn? Nice. Das ist 4 Uhr morgens. Ich habe noch eine Batterie. Was ist so ein Balken? Ich glaube, ich schaffe das jetzt wirklich. 5 Uhr morgens. Ich habe noch ein Balken. Das... Ich habe es. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle und einen dumm Fehler mache, dann habe ich... Mangel. Das ist mir bloß nicht. Foxy, du Hurensohn. Piss dich. Oh, ja, jetzt fängt meine Batterie an. Aber erst um 5 Uhr morgens. Vorher war es um 4 Uhr morgens. Also jetzt schaffe ich es, denke ich. Ich glaube, Danny ist gerade im Hintergrund zu sehen, oder? What the fuck? Okay, Mangel. Jetzt bin ich gerade voll verwirrt gewesen. Sorry. So. Was mache ich denn? Ich bin gerade voll verwirrt. Oh Gott, das ist mir ja peinlich, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine Flashlight. Die stirbt gerade. What the fuck? Meine Flashlight stirbt. Kannst bitte 6 Uhr morgens werden, bitte. Das Foxy. Meine Flashlight stirbt. Ich bin fast tot. Sie blinkt, sie blinkt, sie blinkt. Bitte geh nicht aus. Oh mein Gott, ist es... Yes! Fick dich, Foxy. Ich bin so ein Creeper, Mann, alter Jech. Creeper? Oh man. Da sieht man den. Das ist mein Bruder. Mit der Hater-Maske. Die von mir ist. Oder hat seine eigene nicht. Ich weiß gerade nicht. Kann auch sein. So, was haben wir dafür bekommen? Das zeige ich euch kurz. Ja gut, ich arbeite gerade den Ausschwitz. Was? Ich muss das gar nicht durchdessen, was der Chat so sagt. Das hört sich interessant an. Oh, das hört sich wirklich interessant an. So, und dafür bekamen wir... Oh, das ist ja süß. So ein kleines Foxy-Plüchi. Süßes, Danny. Guck mal, das sind meine harten... Creeper. Oh man. Ja. Okay. Okay, Foxy-Foxy schwer. Weil meine Flashsteine kaputt geht oder so. Irgendwie so. Was? Gift-Gifts. Okay. Dann, du kriegst ein Gefängnis, ja? Du kriegst ein Gefängnis. So, die ich aber nicht auslassen. Der letzte Aura ist. Juhu. Gift-Life. Okay. So. Du bist Freddy. Okay. Du? Bist Ticka? Du bist Bonnie? Und der letzte darf gerne Foxy sein. Okay? Hi, Foxy! Oh, Gott, Freddy! Den hab ich noch gar nicht gesehen heute. Den hab ich heute noch nicht bestimmt gern oder so. Nein. Du bist Steine. Und dann, du bist gyatим. Du bist... Du bist api... Du bist algumas schick.